Hallo und herzlich willkommen zu Nerdfamilie-Zien. Hi. Heute ein Thema, das eher seltene Notfälle betrifft, aber die dann umso dramatischer sein können. Nämlich Umgang mit Patienten, die trachotomiert sind. Philipp, das ist ja ein relativ komplexes Thema. Da gibt es ja ganz viel langzeitbeatmende Patienten und viel rundherum. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit den quasi akut-notfallmedizinisch relevanten Aspekten. Als Intensivstationsarzt hast du ja viel Kontakt mit solchen Patienten. Fangen wir mal damit an, warum haben Leute überhaupt trachealkanülen? Genau, also das ist eine gute Frage. Es gibt so hauptsächlich drei Gründe. Der erste Grund ist, jemand ist langzeitbeatmet. Also der ist im Wiening zum Beispiel. Oder manche Leute sind ja auch dann dauerhaft beatmet und brauchen einfach immer wieder ein Beatmungsgerät. Das kann man halt ganz einfach an der Trachealkanüle anschließen und muss dann nicht jedes Mal intubieren. Zum Beispiel, das ist ein Grund. Anderer Grund ist, Patienten, die eine dauerhafte Aspiration haben, die zum Beispiel Schluckbeschwerden haben oder Stimmlippenprobleme, da fließt einfach immer wieder Speichel runter und dann kann so eine geblockte Trachealkanüle, die ja genauso ist wie ein Tubus, das eben vermeiden, dass das Sekret in die Trachea weiter runterläuft. Das ist Grund zwei. Und Grund drei ist, das sind die Patienten, die eine Larynx-OP hinter sich haben, die zum Beispiel ein Stimmlippenkarzinom hatten und eine Laryngektomie hinter sich haben, wo also einfach der Stimmlippenbereich Glottes einfach wegoperiert wurde. Und das sind häufig Patienten, die man auch übrigens auf den Zigarettenschachteln sieht, die da häufig dann lebenslang eben ein Loch haben und so Silberkanülen zum Beispiel drinstecken haben, einfach um das offen zu halten. Okay. Jetzt nicht im Detail, aber kurz. Es gibt ja mehrere Formen, wie man eine Trachotomie macht. Welche gibt es und warum ist das für uns überhaupt wichtig in einer Notfallsituation? Genau, einfach ultra kurz. Es gibt die Option, dass das ein Chirurg macht. Der schneidet ein Loch in die Trachea und nährt das dann um. Und dann bleibt das Loch erstmal auf. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass die dilatativen Trachotomien, da sticht man rein, das ist so ähnlich wie beim ZVK, legt erstmal einen Draht in die Trachea und dann dehnt man einfach da ein Loch rein. Und warum ist das wichtig zu wissen? Weil die dilatativen Trachotomien, die können auf Intensivstationen einfach so gemacht werden, aber man kann sich vorstellen, wenn man da was aufdehnt, dann geht das auch relativ schnell wieder zu. Das heißt, wenn der Patient frisch dilatativ trachotomiert ist und ihr mal zu so einem Patienten hinkommt und das war vor drei Tagen erst, dass er trachotomiert wurde und die Trachealkanüle rutscht raus oder ihr wollt die wechseln, passt auf, denn das Loch geht sofort wieder zu und dann kann man es danach nicht mehr wiederfinden. Das heißt, da müsst ihr unbedingt eben mit irgendeinem Führungsstab oder sowas die Trachealkanüle wechseln. Okay. Jetzt hast du gerade vorher gesagt, irgendwie Beatmungsbeutel und Silberkanüle, das lässt mich ja da irgendwie darauf schließen, dass es verschiedene Formen gibt von Kanülen. Was kommt uns da so normalerweise, wenn wir als Notfallmediziner zu so einem Patienten hinkommen oder der zu uns gebracht wird, was kann uns da begegnen? Genau, also die ganz normale Standard-Trachealkanüle, die sieht so aus wie ein kurzer Tubus. Da ist vorne quasi ein Kaff dran. Die kann man blocken oder halt nicht. Und ja, so. Das ist Variante 1. Variante 2 wäre die Basic-Variante, die Silberkanüle. Das ist einfach nur quasi ein gebogenes Rohr, was da eben die Trachea offen hält und wo kein Kaff oder sowas dran ist, wo ich auch normalerweise kein Beatmungsgerät anschließen kann. Und dann gibt es die Sprechkanülen oder die gefensterten Kanülen. Das sind Kanülen, die sind eigentlich wie die Standard-Trachealkanülen aufgebaut. Die haben auch normalerweise vorne einen Kaff, aber die haben eben Fensterungen, also Löcher nach oben, sodass auch Luft durch die Löcher oben durch die Stimmlippe entweichen kann. Das heißt, dann können die auch theoretisch darüber sprechen. Das heißt, das als Sprechkanüle auch benutzen. Und damit man die aber im Notfall auch beatmen kann, gibt es da eine Seele. Die steckt man da rein. Das ist quasi ein Schlauch im Schlauch. Der dann diese Fenster wieder verschließt, damit das nicht nach oben. Genau. Die gibt es einmal als durchgängigen Schlauch. Das erkennt man meistens daran, dass die dann oben auch einen durchgehenden grünen Ring haben. Oder es gibt die eben als gefensterte Seelen oder Innenseelen. Dann haben die eben auch die Löcher. Und warum ist das so wichtig? Warum gehe ich darauf überhaupt ein? Weil wenn ihr eine gefensterte Trachealkanüle im Patienten drin habt und dann auch noch eine gefensterte Seele und ihn dann mit einem Beutel beatmen wollt, dann pustet ihr genauso die Luft in die Lunge, wie ihr sie auch durch den Mund wieder rauspustet. Das heißt, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr dann eine durchgängige Seele habt. Oder zumindest den Mund und Nase zuhalten. Ja, genau. Oder das. Richtig. Okay. Aber schaut immer so unprofessionell aus. Okay, jetzt. Uns betrifft es ja meistens, wenn die Patienten, also relevant für uns ist die Trachealkanüle, wenn die ein Problem damit haben. Ja. Die normale Alarmmeldung oder der Notfall, wo wir auf Station dazukommen oder wie auch immer, ist Atemnot. Ja, weil das passt irgendwie dazu. Wenn der jetzt Bauchschmerzen hat, dann schaue ich jetzt nicht zuerst auf die Trachealkanüle. Also Atemnot beim Trachealkanülenpatienten, an was denkst du da oder wie ist da dein Schema, das du so ablaufen hast? Genau. Also da gibt es eigentlich zwei Dinge, an die man denken muss. Erstens, hat der Patient Atemnot, weil er einfach krank ist? Oder hat er Atemnot, weil die Trachealkanüle irgendein Problem hat? Und das muss man irgendwie auseinander dividieren. Deswegen lohnt es sich immer im ersten Moment, die man hat Atemnot, mal Sauerstoff zu geben, zu gucken, wird das Ganze besser? Und dann lohnt es sich eigentlich auch immer, mal kurz in die Trachealkanüle reinzusaugen, mal abzusaugen. Und manchmal merkt man schon, kommt einem ganz viel eitriges Sekret entgegen. Da wird es vielleicht die Pneumonie sein. Aber manchmal merkt man eben auch, man kommt eigentlich nicht mehr durch die Trachealkanüle, dann ist die teilverlegt oder komplett verlegt. Komplett verlegt wäre natürlich ein absoluter Notfall. Und dann wissen wir aber sehr sicher, oh, das ist ein Notfall der Trachealkanüle. Okay. Philipp, eine kurze Frage. Weil du gesagt hast, Sauerstoff geben. Wie mache ich das denn praktisch? Also da ist jetzt ein Loch, da ist irgendwie ein Anschluss. Wie gebe ich da Sauerstoff? Ja, also entweder die Patienten haben so eine, man nennt die feuchte Nase, oben draufstecken. Da kann man den Sauerstoff dran anschließen. Ansonsten kann ich aber auch einfach eine Sauerstoffbrille nehmen und die zum Beispiel oben an die Trachealkanüle dran halten. Das ist auch noch eine Basisvariante. Ich kann aber auch genauso gut eine Reservatmaske vor die Trachealkanüle halten. Okay. Und wenn der Patient atmet ja darüber oder einen Schlauch reinlegen, also das ist eigentlich wurscht. Ja. Okay. Und wenn die Trachealkanüle übrigens durchgängig ist und in der Trachea drin liegt, also auch nicht rausgerutscht ist oder so, dann kann ich, wenn der Patient mit Sauerstoff nicht besser wird, ja auch einfach den Beatmungsbeutel anschließen und ihn dann beatmen. Aber wir wollten ja auf Trachealkanüle Probleme eingehen. Und der nächste Schritt wäre jetzt, jetzt komme ich da also irgendwie nicht so richtig rein. Also ich weiß, oh, da ist ein Problem mit der Trachealkanüle. Da muss ich was machen. Die muss ich irgendwie wechseln. Und wenn die komplett verlegt ist, also wenn die Teil verlegt ist, lohnt es sich häufig trotzdem nochmal mit dem Beatmungsbeutel zu arbeiten. Dann kriegt man das meistens hin und kann dann noch in die Klinik fahren. Wenn die komplett verlegt ist, dann muss man die Trachealkanüle wechseln. Und dann wird es manchmal haarig. Die wechselt man genauso, wie man einen Tubus zieht. Das heißt, entblocken und rausziehen und dann die neue Trachealkanüle wieder rein. Und manchmal geht das vollkommen problemlos, gerade dann, wenn die Patienten schon lang trachotimiert sind. Aber man muss auch sagen, manchmal ist das eine wirklich haarige Sache. Und ich bin da ehrlich, also Trachealkanülen-Notfälle sind das, wovor ich als Intensivmediziner eigentlich immer noch am meisten Angst habe. Weil da geht einfach immer wieder Sachen schief und sind ja auch schon schief gegangen. Und das sollte man nicht mal eben einfach so machen, wenn man denkt, ach, könnte man jetzt mal kurz vorm Transport noch machen. Mal schnell wechseln. Also auf gar keinen Fall. Und immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, das habt ihr bei einer Komplettverlegung natürlich nicht, dann wechselt ihr bitte die Trachealkanüle auch immer mit einem Führungsstab. Das heißt, dass immer was in der Trachea drin bleibt, an dem ihr die neue Trachealkanüle dann auffädeln könnt. Was sich da anbietet, ist entweder ein weicher Katheter und da ein Absaugkatheter, den haben eigentlich alle. Da müsst ihr nur oben die Spitze abschneiden, wo man das Ding eben ransteckt, also die farbliche Spitze, weil die wird einfach so breit, die kriegt ihr nicht durch die Trachealkanüle und dann habt ihr danach so einen dünnen Schlauch und denkt, dann könnt ihr es dann lang führen. Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben vor Ort eine Trachealkanüle von dem Patienten, eine Wechselkanüle, dann kann man die nehmen. Wenn jetzt da keine verfügbar ist, so schnell oder panisch irgendwo eine gesucht wird, aber da gibt es halt keine, was mache ich dann? Genau, du willst Tricks haben. Dann kann man einfach das Cogniothymie-Set nehmen. Da ist eins drin, entweder man hat diese vorgefertigten Sets, da ist dann eine drin, oder man hat dieses Cogniothymie-Set, was in Bayern zum Beispiel gerade verbreitet ist, mit dem Nasenspekulom, damit kann man das Trachealkanüle doch offen halten und dann steckt man einfach einen 6er Tubus rein und steckt den natürlich nicht so tief rein, so dass der Kaffee eben gerade in der Trachea verschwindet und dann blockt man den und dann kann man auch darüber beatmen, wenn man es hat, ein Woodbridge-Tubus, die sind nochmal flexibler, das wäre nochmal besser und was macht man jetzt, wäre die nächste Frage, wenn man nichts ins Loch reinbekommt, weil zum Beispiel nach einer dilatativen Tracheotomie das Loch einfach verschwunden ist, was mache ich dann? Dann muss ich versuchen, den Patienten zu intubieren und das wird dann in aller Regel auch klappen, außer bei dem Patienten natürlich, wo der oropharyngeale Zugang verlegt ist, weil der Patient halt operiert wurde und der Weg durch das Tracheostoma-Loch der einzige ist, wo durch Luft in die Lunge kommt, aber dann wird man das Loch auch finden. Okay. Ja, Philipp, das ist ja dann durchaus ein bisschen komplex, also wo geht man da wie vor? Da haben wir doch was. Genau, ich bin da ja ganz schnell drüber hinweg geritten und das Ganze auch nicht so schön strukturiert, wie es Wiebke gemacht hat. Die hat nämlich einen ganz, ganz tollen Algorithmus entworfen und hat den auch mit uns geteilt und da sind wir extrem dankbar für. Der ist natürlich auf der Webseite und für euch da verfügbar. Wiebke, danke dir. Und schaut mal rein. Puh, ja, wie du sagst, also Tracheostoma-Notfälle sind was, was vor allem die dramatischen Notfälle, die heikel sind und danke für deine Tipps, die nehme ich mir jetzt mal so mit. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es gibt verschiedene Formen der Tracheotomie. Die eine ist die operative, die andere ist die dilatative. Warum das für uns wichtig ist, ist frisch dilatativ tracheotomierte Patienten haben ein großes Risiko, dass das schnell wieder zugeht, also immer an irgendeine Art von Führungsmöglichkeit denken. Wenn wir einen Notfall haben mit der Tracheostoma-Kanüle oder mit Tracheostoma-Patienten, vor allem wenn die Luftnot haben, dann ist unsere erste Frage, ist das jetzt ein Tracheostoma-Problem oder ein anderes Problem, wie zum Beispiel eine Pneumonie. Da hilft es einfach mal, Sauerstoff zu geben, je nachdem, ob man es anschließen oder vorhalten kann und mal grob zu schauen, den zu auskultieren, einfach mal, wie man jeden anderen Luftnotpatienten abklärt. Als ersten Schritt, was das Tracheostoma betrifft, dann wäre, dass man versucht, durch das Tracheostoma abzusaugen. Da sieht man gleich, kommt einem da was entgegen? Kann man was freisaugen? Vielleicht ist das Problem schon gelöst? Oder kriegt man den Absaugkatheter gar nicht so richtig durch oder nur ganz, ganz schwer? Dann kann man zunehmend davon ausgehen, dass das Tracheostoma das Problem ist. Wenn das Tracheostoma teilverlegt ist, kann man noch versuchen, mit dem Beatmungsbeutel das zu lösen oder zumindest so lange zu unterstützen, bis man in einer Klinik ist, die jetzt eine HNO sofort hat oder wo man vielleicht mit einem Bronchioskop oder mit einer Endoskopie reinschauen kann. Wenn nicht, wenn das entweder total verlegt ist oder das nicht ausreicht, dann muss man das wechseln. Und das ist immer eine heikle Geschichte. Entweder mit einer Trachealkanüle, die man schon hat, vom Patienten aus dem Trachatomie-Set oder aus dem Konytomie-Set. Da sind normalerweise Kanülen drinnen. Oder wenn das nicht verfügbar ist, mit einem 6er-Tubus, 6er-Tubus, 5er-Tubus, sowas, was nicht super klein ist, aber auch nichts riesengroßes, nur so weit rein, bis der Kaff verschwindet. Und wenn das auch nicht klappt oder die Öffnung nicht mehr erreichbar ist, dann wird man versuchen, den Patienten ganz normal zu intubieren und hofft, dass er nicht operiert ist, sodass man da nichts mehr sieht. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles so klappt. Philipp, irgendwelche Last-Minute-Tricks? Keine Last-Minute-Tricks. Schaut euch in den Show-Notes nochmal an. Ich habe da versucht, grafisch mein Bestes zu geben, um euch die Tracheostoma-Anatomie so ein bisschen näher zu bringen. Teilen und liken. Ja. Und erzählt uns, was ihr so erlebt habt. Das war's. Bis bald bei Neutralmedizin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020